Wir fahren nach Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben. Ja, heute sitzen Milan und ich vor der Kamera, denn wir zwei haben eine schöne Nachricht zu verkünden, sage ich jetzt mal. Also für uns ist es wirklich schön und ich freue mich schon riesig da drauf. Ihr habt es im Titel ja schon gesehen. Wir fahren nach Hamburg. Ich bin total aufgeregt, ich freue mich riesig da drauf. Wir werden unsere liebe Angelina wiedersehen. Ich werde alleine fahren. Das heißt, ich fahre mit dem Zug und habe kein Auto zur Verfügung. Werde auch weder meine Mama noch meine Schwester mitnehmen. Also ich werde komplett alleine fahren. Aufgrund der Fahrt mit dem Zug kann ich nur eines meiner Babys mitnehmen. Und deswegen habe ich mich für Milan entschieden. Und ich habe mich zum anderen auch für Milan entschieden, weil er bis jetzt noch nicht mit Mama in den Urlaub gefahren ist, während die drei anderen Mädchen mit mir letztes Jahr in Ostfriesland waren. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die gerne mal unten in die Infobox oder oben hier im i. Da könnt ihr euch die Videos nochmal in Ruhe dann anschauen. Ja, die drei waren halt einfach schon mit mir im Urlaub und Milan halt noch nicht. Und deswegen habe ich mich für Milan entschieden. Ja, genau aus diesem Grund habe ich auch die Ergo Baby gekauft, die Bauchtrage und auch das dunkelblaue Oberteil, also die dunkelblaue Wanne für den Bergsteiger habe ich gekauft, weil einfach ich schon gemerkt habe in der Vergangenheit, dass die weiße Wanne vom Bergsteiger relativ schnell verschmutzt. Und deswegen war mir wichtig, dass ich eine dunkle Wanne bekomme. Ich wollte keine schwarze und habe mich daher für die dunkelblaue Wanne entschieden. Und ja, bin jetzt total happy, denn da können halt ruhig auch mal Flecken drauf oder irgendwas anderes passieren, die man dann halt nicht sofort sieht, weil es halt dunkelblau ist. Für die Ergo Baby Bauchtrage habe ich mich aus dem Grund entschieden, weil ich Milan auf der Zugfahrt tragen werde. Ich kann Milan nicht in den Kinderwagen legen, da dies einige Gesetze oder einige Richtlinien bei der Bahn verbieten, wenn ich ein- und aussteige. Und deswegen habe ich mich direkt für die Bauchtrage entschieden, wo ich Milan dann halt auch reinsetzen werde und ihn halt dann auch während des Einsteigens und Aussteigens in den Zug halt drinne haben werde, damit er halt sicher bei mir ist sozusagen. Ich werde euch natürlich mitnehmen, wenn wir nach Hamburg fahren. Wir werden im August fahren. Vom 17. bis 24. August 2017 werden wir in Hamburg sein, also eine Woche. Und da werde ich euch natürlich auch mit Videos mitnehmen, mit der Kamera mitnehmen. Es werden auch Vlogs geben. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, ob ich jeden Tag vlogge. Das wird spontan entschieden werden, weil je nachdem, was wir halt unternehmen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe auch eine kleine Überraschung für alle die, die in Hamburg wohnen und Umgebung wohnen, denn wir planen ein Rehborn-Mama-und-Baby-Treff. Und zwar wollen wir das gerne am Samstag, den 19.8. 2017 planen. Wir wollen das gerne so gegen 14. bis 15. Uhr ungefähr machen. Und in der Zeit werden wir dann halt auch an dem Treffpunkt sein, also Angelina und ich und unsere Babys natürlich. Und ja, so gegen 15.00 Uhr werden wir dann schauen, wer gekommen ist, ob ihr noch Lust habt, ob wir spontan noch etwas machen wie Eis essen, Kaffee trinken gehen oder je nachdem, wozu wir Lust haben einfach. Und so gegen 16.00 Uhr wollen wir dann gerne wieder sozusagen das Treffen auflösen. Um einen relativ zentralen Treffpunkt auszuwählen, haben wir uns letztendlich für den Jungfernstieg in Hamburg selbst an der Hamburger Alster entschieden. Direkt am Wasser selbst sind kaum übersehbar mehrere Fahnen aufgestellt. Und an diesen Flaggen würden wir uns dann halt auch gerne mit euch treffen wollen. Weil wir dieses Treffen auch gerne ein wenig organisieren wollen, würden wir sehr gerne wissen, wer schon von euch kommen möchte. Und damit wir halt auch wissen, wie viele uns da ungefähr erwarten werden. Deswegen schreibt uns doch bitte per E-Mail oder per Instagram. Ich blende euch alles jetzt hier nach und nach ein, beziehungsweise unten in der Infobox des Videos findet ihr natürlich auch alles. Natürlich werde ich euch halt auch auf Instagram auf dem Laufenden halten. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mir halt auch auf Instagram folgt. Wenn das Wetter dann richtig mies sein sollte, wollen wir natürlich nicht eine Stunde im Regen stehen. Und deswegen wird sich das wahrscheinlich dann spontan umändern, der Treffpunkt. Das wird allerdings nur dann sein, wenn wirklich alle Stricke reißen, wenn es wirklich an dem Tag in Strömen regnen wird. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Aber es wäre gut, wenn ihr mir dann irgendwie mit mir in Kontakt sein könnt oder mit Angelina in Kontakt sein könnt. Und dass ihr dann halt auch Bescheid wisst, wenn dem so sein sollte, dass ihr dann halt auch auf dem Laufenden seid. Auch wir haben eine Anfahrt von 45 Minuten. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch schon viel, viel eher da sein als 14 Uhr. Aber wir haben uns so als Richtlinie wirklich die Zeit 14 bis 15 Uhr gesetzt. Da werden wir dann an den Fahnen sein und würden uns riesig freuen, wenn der ein oder andere es einrichten könnte, dass ihr da vorbeischaut und dass wir uns persönlich kennenlernen dürfen. Weil es ist natürlich auch für mich ganz schön, mal das ein oder andere Gesicht hinter den ein oder anderen Kommentar kennenlernen zu dürfen. Und ja, das war eigentlich das zu dem Punkt. Wir fahren nach Hamburg. Ich freue mich riesig auf das Abenteuer Hamburg. Für mich ist das eine komplett neue Erfahrung. Ich bin noch nie alleine gereist. Ich meine, ich reise nicht alleine. Milan ist ja dabei. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass meine Mama nicht dabei war und meine Schwester nicht dabei war. Einer von den beiden war immer dabei. Und deswegen ist das für mich eine komplett neue Erfahrung. Ja, ich bin total gespannt, wie das alles sein wird. Wir haben jetzt natürlich noch knapp dreieinhalb Wochen Zeit oder vier Wochen, glaube ich, jetzt noch Zeit. Und ja, das wird ein Abenteuer werden. Natürlich werde ich euch auf Instagram immer auf dem Laufenden halten. Also ihr werdet dort mich sozusagen live begleiten können. Und ja, das war es eigentlich zu dem Thema Hamburg. Ich freue mich riesig natürlich auch auf meine Angelina wieder. Sie wieder zu sehen, sie in den Arm schließen zu dürfen. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Reborn-Treffen in Hamburg haben solltet, schreibt mich gerne an. Ich bin gerne bereit, euch Auskunft darüber zu geben. Ich werde jetzt das nächste Video abdrehen, den Haul für Montag. Und am Sonntag werdet ihr dann noch einen aktuellen Vlog von uns sehen. Und genau, das war es jetzt erstmal. Und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ciao ihr Lieben! Und wir sehen uns dann noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.